Kunst, Kultur und Unterhaltung sind im Leben unersetzlich. Es ist Teil unserer Identität und es ist Teil von dem, wie wir unsere gesellschaftlichen, sozialen und politischen Meinungsbildung bekommen. Und ohne Kunst, Kultur und Unterhaltung sind wir eben nicht komplette Menschen. Wissen Sie, wir schauen nicht ins Ausland, wo Kinos schon seit einiger Zeit offen sind, oft übrigens auch mit einer viel höheren Kapazitätsauslastung. Wir schauen nicht in Richtung, sage ich mal, von Sportereignissen, wo Hunderttausende von Menschen quer durch Europa reisen und sich zu zigtausenden in Stadien in den Armen liegen. Wir schauen nicht in andere Branchen, wo vielleicht nicht wie bei uns die Filme berauschen, sondern der Wein. Wir schauen zu Ihnen, liebe Politiker, lieber Herr Söder. Ich hoffe, dass Sie irgendwo zuschauen und das hören. Wir schauen zu Ihnen. Wir erwarten klare, transparente und verhältnismäßige Bedingungen auf der Basis von dem, was wir inzwischen über diese Krankheit und die Infektionswege wissen. Ich möchte auch mit einer Sache aufräumen. Ich möchte aufräumen damit, dass wir sozusagen die Hasardeure sind, die immer nur schreien, mehr, mehr, mehr. Und dass die Politiker die besorgten, vorausschauenden Menschen sind, die sozusagen den Gegenpol dazu bilden. Wir haben, ich kann das auf jeden Fall für die Konstantin-Filme sagen, wir haben sämtliche Auflagen, die es gab oder gibt für die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, schon lange erfüllt, bevor sie überhaupt jemals in irgendwelche Richtlinien oder Gesetze gegossen worden sind. Und wir sind auch, und das möchte ich auch einfach sagen, weil Filme entstehen ja auch in dieser schweren Zeit. Wir produzieren und die Produktionswirtschaft in Deutschland und auf der ganzen Welt hat sich, finde ich, mit einer einzigartigen Professionalität auf die Besonderheiten eingestellt. Und wir arbeiten heute in sicheren Arbeitsumfeldern, lange bevor das in irgendeiner anderen Branche überhaupt zur Rede stand und überhaupt besprochen werden musste. Also ich finde, das ist, wie gesagt, sind Sachen, die wir, die wir, die man auch herausstellen muss. Eine Sache, danke an das ganze Team vom Filmfest München, die hier hart arbeiten und man muss das auch mal sagen, die eine, ein Budget haben, das einem deutschen besseren Fernsehfilmproduktion entspricht. Ein Tatort kostet ungefähr so viel wie das gesamte Filmfest. Das ist übrigens nur 10 Prozent von dem, was in Berlin zur Verfügung steht. Und ich habe da schon vieles gehört gehabt in den letzten Jahren, ja, dass wir das hier sozusagen auf andere Beine stellen. Ich hoffe sehr, dass das gelingt. Ich weiß, alle sind immer guten Mutes, dass das, aber ohne Geld geht es halt nicht. Und wenn ich mir höre, wie viele Hunderte von Millionen in die Kultur und in die Kunst gesteckt werden, damit die über diese schwierige Zeit kommen. Also beim Filmfest ist wenig oder gar nichts angekommen. Das sollte man auch ändern. Applaus